Gratulieren natürlich, das ist richtig, richtig schön, dass das geklappt hat. Wir haben noch ein weiteres Foto bekommen von Arthur Müller, das schauen wir uns auch an. Er hatte offenbar auch sehr viel Spaß im Schnee und hat dieses tolle Foto für uns gemacht. Das ist schon echt irre, ne? Ja, das ist echt cool. Schalten Sie fotografieren.